Das war der Konkurrenz. Das wird die neue Lokationen. So dass sich die Hauptrohrleitungen durch die Brücke hindurchlaufen. Für das Stadtteil, das auf der anderen Uferseite liegt. Wir haben jetzt beide Uferseiten hier gleich entwickelt und gleich angeschlossen. Die Stadtteil, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Die Stadtteil, das ist eine große Herausforderung. Die Stadtteil, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Die Stadtteil, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Die Stadtteil, das ist eine große Herausforderung. Die Stadtteil, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Die Stadtteil, die Stadtteil, die Stadtteil, das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020